Ein anderes wichtiges Thema ist, dass wir natürlich in einen Bundesländern, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, möglicherweise gar nicht anreisen können, obwohl wir fest gebucht haben. Da dürfen die Hotels nur zu 60 Prozent die Betten belegen. In Niedersachsen sind es sogar nur 50 Prozent. Also tatsächlich, da Deutschland im Sommer 100 Prozent ausgebucht ist, heißt das, dass einige Menschen, die eine feste Sommerbuchung haben, dann möglicherweise in die Röhre schauen. Und ich habe mich mit Tobias Woitendorf, dem Chef des Tourismusverbandes, unterhalten. Und er war in dieser Sendung. Er muss dann letztlich in den sauren Apfel beißen und zu Hause bleiben, weil wir haben es ja jetzt gelernt, der Hotelier darf gar nicht alle Gäste beherbergen. Also für den Sommer kann man es noch nicht sagen, weil wir eben hoffen, dass wir noch ein bisschen zulegen können. Wenn wir jetzt über Pfingsten blicken und sagen, na gut, 60 Prozent der Quartiere können gebucht sein, nehmen wir mal das praktische Beispiel, wir haben ein Hotel, wo schon 80 Prozent der Zimmer gebucht sind. Dann steht der Hotelier in der Tat jetzt vor der schwierigen Situation, nicht alle stornieren zu müssen, aber eben diese 60 Prozent wieder zu erreichen, das heißt 20 Prozent wieder zu stornieren. Es gibt dafür kein richtig, können wir den Rechtsanwalt nochmal fragen, kein richtig gutes Mittel, finde ich. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man hinten bei den Buchungen anfängt, also diejenigen, die zuletzt gebucht hat, eben wieder ausbuchen muss. Eine blöde Situation, stellt man sich anders vor, wenn man Gäste anfangen will, aber lässt sich unter diesem Geschehen, unter dem wir jetzt arbeiten, offenbar nicht verhindern. Also tatsächlich wirklich ein heißes Thema. Wir wollen mal horchen, wie das die Hoteliers sehen. Wir sind verbunden mit Damir Hanken. Er hat auf Wangerooge, der schönen Nordseeinsel Wangerooge, zwei Hotels. Hallo Herr Hanken. Wir hatten uns ja auch schon mal unterhalten. Sie haben da so ein bisschen Panik, weil Sie nicht genau wissen, wem Sie absagen. Wie stellt sich die Lage jetzt bei Ihnen dar? Wir müssen natürlich strukturiert vorgehen. Ja, wie vorhin erwähnt, wir werden Ausschau halten, die ja früher gewogt hat. Standgäste, längende Aufenthalte müssen wir auch berücksichtigen. Das sind viele Faktoren, die hinein in diese Entscheidung spielen. Wird nicht schön, es wird definitiv an den Image kratzen. Und wir hoffen nun, dass wir keine rechtlichen Einbüsen haben, dass wir uns in so einer Situation auch mit diesen Sachen umschlagen müssen. Da wo es eh auch die Hoteliers und Gastronomen viele Veränderungen auf uns zukommen. Ja, mit Sicherheit eine sehr schwierige Lage. Aber stellen wir uns mal vor, ich hätte bei Ihnen gebucht. Was raten Sie? Soll ich anrufen und fragen, kann ich den Urlaub planen oder warte ich, dass Sie mir absagen? Was würden Sie mir als Gast empfehlen? Was ich Ihnen empfehlen würde als Gast, das ist einfach, dass Sie eine Wohnung aufnehmen, die optional stattfindet. Da müssen wir uns natürlich einig sein, da müssen Sie auch darauf eingehen als Gast. Genau das ist es. Für die Insel ist es noch nicht ganz klar, wie viel Prozent wir überhaupt belegen dürfen und wann es überhaupt losgeht für uns auf der Insel. Das ist auch noch nicht ganz klar. Wir warten ab, aber die Buchen an sich selbst würde ich Ihnen mal empfehlen vorzunehmen. Und Ressourcen auf der Insel sind noch vorhanden. Man kann unter den Betrieben untereinander austauschen, um die Gäste zu beherbergen, weil der Wunsch auf die Insel zu kommen ist laut dem Telefongeräusch sehr hoch. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute natürlich, aber eine Frage, wir haben auch den Test gemacht. Wir haben also an den Hotspots, an den Küsten tatsächlich Hoteliers angerufen. Da war bisher noch nicht die Rede davon, dass möglicherweise Buchungen wieder durchs Rost fallen. Ist das so vielleicht auch eine Strategie, um zu sagen, ich sammle jetzt erst mal Buchungen, gucke dann, was ich belegen darf und sage dann ab? Ich plädiere auf jeden Fall, egal was für eine Strategie eingesetzt wird, dass man zu den Gasten ehrlich ist in jedem Moment. Dass er weiß, worauf er sich einstellen muss, worauf er bauen muss. Das ist meine Bitte an alle Hoteliers, die überhaupt so einen Vorhaben machen und einfach überbuchen oder buchen und mit den Gästen nicht auf der Ehrlichkeitsebene arbeiten. Ehrlich sein, mit den Gästen kommunizieren. Die verstehen die Lage, die sind auch sehr gut informiert. Und so hoffe ich, dass wir jetzt besonders über die Pfingsten Feiertage gut über den Lund kommen und alle gesund daraus marschieren. Das wünsche ich auch. Ich frage nochmal unseren Rechtsanwalt an, Kempkins, wenn ich jetzt gebucht habe und erfahre jetzt, aus meinem Pfingsturlaub oder aus meinem Sommerurlaub wird jetzt wegen behördlicher Anordnung nichts. Welches Recht habe ich da? Also dieser Punkt vertragliche Ehrlichkeit ist wichtig. Und wenn der Hotelier jetzt überbucht ist, ohne dass er das in irgendeiner Form vorhersehen konnte, weil einfach die Situation nicht absehbar war, wie wir es hier gerade gehört haben, es ist noch alles so ein bisschen offen, dann haben wir einen Fall von Unmöglichkeit. Das heißt, der Hotelier darf dann eben von diesem Vertrag zurücktreten, wenn ich eine Anzahlung geleistet habe, obwohl im Moment man ganz ehrlich sagen muss für den Reisenden, bitte möglichst keine Anzahlungen, wenn das irgendwie geht. Dann bekommt man aber die Anzahlungen, wenn das dann storniert wird, zurück und hat dann keinen Schadenersatzanspruch für eine höhere oder teurere Ersatzbuchung, weil der Hotelier ja auch nichts dazu kann. Und nochmal auch die Frage jetzt zum Thema Hotelgewerbe. Wenn da ein Pool angekündigt ist, den ich vielleicht nicht nutzen kann, wie verhält es sich mit solchen Mängeln? Also das sind vertragliche Mängel, wenn ich in dem Katalog oder auf der Homepage beispielsweise Zusagen habe, die jetzt coronabedingt nicht erfüllt werden können, dann habe ich einen Anspruch auf Teilerstattung, sodass also die Hoteliers, wie wir das gerade gehört haben, so im Wege der vertraglichen Ehrlichkeit einfach auch aufgefordert sind, hier auf diese Mängel im Vorhinein hinzuweisen. Dass man also schon sagt, das und dieses Angebot könnt ihr wahrscheinlich nicht wahrnehmen, dann ist das vertraglich auch in Ordnung. Wenn dieser Hinweis unterbleibt, gibt es Schwierigkeiten, sodass, wenn also ein bestimmtes Angebot unterbreitet ist oder ein Zusatzangebot, das wird nicht geliefert, auch Teilerstattungsanspruch der Reisenden.